moin liebe leute schaut euch das mal hier an gerade rein bekommen farbexplosion im kofferraum das ist hier die heutige aufgabenstellung die kundin aus lemgo braucht das auto so schnell wie möglich wieder ja gucken wir mal was sich hier bewegt leute wir sind hier gerade bei der entreinigung das ding ist gleich erledigt aber schaut mal her sogar da drin so freunde es ist kurz vor sieben uhr dienstag wir sind soweit fertig alles eingebaut alles menschen mögliche getan wir haben schon ein riesenunterschied hier und da die kleineren sachen die sind erstmal uninteressant auch hier so das gröbste ist komplett raus hier und da kann man noch nach reinigen irgendwann aber das auto soweit fertig dass man es herausgeben kann auftrag erledigt